Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist gerade ein ganz spontanes Video. Ich mache bald mehr Videos, aber keine Ahnung von was. Aber wie immer Leute, heute geht es um den Fortbyte, den neuen. Da müsst ihr einmal hier beim Dinosaurierpark landen. Und da ist dann hier halt der Fortbyte. Hier wäre dann der Fortbyte drin. Also ihr müsst hier hingehen. Genau hierhin halt. Und hier ist halt dann der Fortbyte. Und Leute, bevor wir das Video beenden, das schnelle Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schenkt mir doch einfach gerne was. Also bei Fortbyte, mein Name ist LuckyBlockYouTuber, außer ich meine neue Account, weil mein anderer Account wurde gelöscht mit meinem 1.100 Euro Account. Leute, also gebt LuckyBlockYouTuber ein und wenn ihr mir was schenkt, werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Video erwähnt. Und wenn ihr mir jemanden was schenkt, macht ihr auch ein extra Video zu dem, weil ich mache ja nicht so viele Videos. Und ich muss sagen, das war's für unsere Video, was euch gefallen hat. Das ist ein Genack da. Wie schon gesagt, unterstützt mich gerne. Und ja, ciao.